Was geht Leute? Heute zeige ich euch wie mit einem TicTac Airpods bekommen könnt. Viel Spaß damit. Hey Farid, hier ist ein kleiner Trick wie du wirklich an Geld kommst. Und schon hast du ein Portemonnaie. Markiert Farid! Wow, warte. Was? Wer hat jetzt gewonnen? Ein Orangensaft bitte. Okay, kein Problem. Einen Moment noch, okay? Ja bitte, sehr. Danke, vielen Dank. Kein Problem. Hm, hm. Hm. Oh. Oh. Hm. Kein Bock mehr. Was geht Leute? Heute zeige ich euch wie mit einem TicTac TicTac Airpods zaubern könnt. Ähm. Oder auch nicht. Eure Chips sind leer und ihr hättet gern noch welche? Dann haltet die Werbung an genau dieser Stelle. Lauf zu eurem Fernseher und nehmt euch eure Chips drauf. 5 Minuten noch. So, äh. Ich mach mein Milchney. Äh. 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 So äh. 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 Der Grund, warum meine Videos so viele Likes haben ist weil sie sich selbst liken. Der Grund, warum meine Videos so viele Likes haben, ist, weil sie sich selbst liken. Hey Anso! Ja? Du musst noch ein Video drehen. Kann ich noch mein Kratzeis essen? Nein, kannst du nicht. Okay. Wo ist mein Löffel? Hey Leute, wenn ihr eine leere Mehlpackung habt, dann schmeißt die nicht weg, ihr könnt die so flicken und schon habt ihr eine neue Packung Mehl. Danke.